Desperados FRH Hannoveraner Hengst des Jahrgangs 2001 vom De Niro, Wolkenstein II, Macho und Pieckönig. Desperados FRH ist ein Dressurhengst von weltweiter Begehrlichkeit. 2012 krönte Desperados mit Christina Spree seine bisher schon einzigartige Karriere mit Mannschaftssilber mit dem deutschen Team bei den Olympischen Spielen in London. Ein Jahr später dann, 2013, zählten sie zur deutschen Goldmannschaft bei der Europameisterschaft in Herning. Untertitelung des ZDF, 2020 . 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 So, 2nd and 3rd Riders really start to show up. Die Welt in Britain. Bronze for the Netherlands. Those 3 nations stand on the podium once again with the order shuffled around once again. But that is how it is for the World Championships and for the next 4-year World Championship cycle. But who will take the individual medals tomorrow in the Special and on Friday in the Grand Prix Freestyle. We'll have it all for you. Thank you. ... ... ... ... ... Applaus Desperados FRH, Hannoveraner Hengst vom De Niro und Christina Bröhring-Sprey, Deutschland. Applaus Das Ergebnis für Christina Bröhring-Sprey und Desperados FRH bei E 83,235. Applaus Bei H 81,373, bei C 83,039, bei M 81,471, bei B 83,725. Führung 82,568 Prozent. Die vierfachen Megalit Champions, Desperados FRH, Christina Bröhring-Sprey. Die vierfachen. Untertitelung des ZDF, 2020